Freunde, wir sind zurück. Wir sind zurück mit Fonetti gegen Virtus.pro. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich glaube, ich vermute, also entweder liegt es daran, dass der Rechner hier abgefahren heiß ist. Aber das glaube ich nicht, weil PC-Auslastung war gerade alles cool. Also entweder war es wirklich dieses Problem gerade, dass sich ein Game aufgehängt hat und dann noch ein paar andere Prozesse abgeschossen hat. Oder, weil auch Internet hier kurz weg war, es liegt an meinem netten Kollegen momentan, der Hand of Blood, der in League of Legends bekannt ist. Der macht momentan seinen 25-Stunden-Stream und der hatte gestern Nacht schon mal ein paar DDoS-Attacken auf sich, weil es ein paar gibt, die ihn auf jeden Fall mögen. Und ja, das kann eben genau das Problem sein. Wir hoffen, dass es hier keine weiteren Unterbrechungen mehr gibt. Währenddessen Pasha gestorben. Fnatic scheint das Ganze jetzt hier wirklich dicht machen zu wollen. Ja, wir hatten vorher einige souveräne Runden, die ihr gerade verpasst habt. Aber jetzt gerade Fnatic mit der Lösung ist ihr Problem. Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Waffen durchzubringen, denn man hat nicht mehr so viel Geld. Auch wenn es natürlich ein Draw ist, ein 2 und 5 zu holen, ist ja nicht.